Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch und wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und natürlich auch wieder den Schocker der Woche für euch. Wundert euch nicht, was die ganze Zeit hier so Lärm macht nebenbei. Das ist der kleine Adi, der ist schon wieder hier fleißig am Zocken, wie man sieht. Oh, nein! So, und ja, wir wollen gar nicht lang reden. Wir fangen jetzt einfach direkt an, die Highlights der Woche und der Schocker der Woche aus unserer Community. Und Facebook, was ich alles so geklaut habe von anderen Leuten und hin und her. Nein, die meisten wissen ja eh immer Bescheid. Okay, und los geht's! Die Woche hat angefangen beim Prime mit einem Eboli, 96%, 15 Angriff, Level 33, sitzt in der Gasse beim Abo. Abo, sehr cool auf jeden Fall, gerade jetzt bei den neuen Entwicklungen, die da sind. Ich selber habe noch keine gemacht, aber das kann man natürlich nehmen, um sich ein richtig gutes Glaciola oder Fulipurba zu entwickeln. Dann habe ich einen Raid wieder mal gemacht. Gresselia mit 96% bekommen und 15 Angriff, also richtig gut. Bin auch Glücksfreund geworden mit Supersani. Der Kenny hat einen Stolunior geklickert, den Shiny. Der hat sich ja voll gelohnt mit WP 16. Also richtig gutes Level auf jeden Fall. Würde ich gleich durchentwickeln und jede Arena plätten. Der Franz hat uns gezeigt, wenn ich mal Glück habe, dann geht es mir auch so. Denn der hat einen WP 14, Shiny Lavita. Das gibt bestimmt auch ein saftiges Despot da. Aber gut, er hat null Bonbons, der kann damit eh nichts machen. Weder pushen, noch entwickeln, noch sonst was. Dann habe ich mal meine EP abgescreent zum Anfang der Abenteuerwoche. Ich war ungefähr also bei 125 Millionen. Wie viel das geworden sind, das erfahrt ihr morgen bei der Auswertung. Oder beim letzten Screen in dieser Folge, da habe ich nämlich das Endergebnis auch abgescreent. Dann ging es auch gleich fleißig los. Nach 20 Minuten, ihr seht 22 Uhr 21. Nach 21 Minuten hatte ich mein erstes Shiny Anorid. Der Fabian Prowatzki gleich mit einem Shiny Onyx 461 WP. Und das Ding sieht richtig genial aus. Finde ich sogar besser als das Shiny Stahlos. Dann der Brian wieder mal sitzt bei der VR-Bank. Ein 96er Liljeb mit 15, 15, 13. Wer da noch ein gutes gebraucht hat. Auch beim Extreme gleich der erste. Das erste Anorid, was er angedrückt hat. Auch ein Shiny Glückwunsch dafür. Der Kenny läuft mit einem Shiny Liljeb. Und da habe ich selbst bis heute noch keins bekommen. Ich habe so viele Liljeb angeklickt und gemacht. Aber kein Shiny Liljeb bekommen. Bei Anorid sah es besser aus. Da kam dann noch ein zweites und ein drittes und ein viertes. Und keine Ahnung. Aber Shiny Liljeb sollte einfach nicht werden. Dann die Sally Maus. Yeah, mal wieder ein Shiny aus dem 10 Kilometer Ei. Mit einem Shiny Shiny Ux. Ich musste mir damals alle mühsam aus dem Raid holen. Habe ich mit einem kleinen Account immer 1er Raids gemacht. Bis dann 3 Stück da waren. Habe mir die alle rübergegeben. Obwohl ich auf dem großen Account auch schon eins hatte. Was ich zum Tauschen genommen habe. Aber ihr seht, man kriegt die natürlich auch aus 10 Kilometer Eiern. So kann man es auch machen. Auch der Quede mit einem Shiny Onyx. Dann war ich mit dem Kenny unterwegs. Und wir haben mal wieder ein paar Cresselia Raids gemacht. Shiny Tablet. Hat heute wieder zugeschlagen. Einfach bei 3 Accounts. Shiny Cresselia. 3 Mal hier zu sehen. Richtig gute Sache. Sowas finde ich immer klasse. Ist immer ein Bild wert. Auch der Model X hat ein Cresselia gemacht. Und ein 100%iges bekommen. Mit 16. 33. 15 Angriff. 15 Verteidigung. 15 Ausdauer. Glückwunsch an der Stelle. Die Terrorziger hat auch ein Shiny Lilia bekommen. Der Robby ein 98er. Und er schreibt ja selber. Naja. Weil nur 14 Angriff. Da hätte er sich die Werte bestimmt anders verteilt gewünscht. Und auch ein 98er Onyx aus der Quest. Aber auch nur mit 14 Angriff. Boopsy. Dann auch mit einem Shiny Onyx. 23 Bonbons. Also das kann man noch nicht mal entwickeln. Da muss ich noch ein bisschen farmen. Dann habe ich ein paar Glücks Traits gemacht. Der erste den ich da getauscht habe wurde gleich Lucky. Und ein 98%iges Pionscorer. Auch mit 14 Angriff. Der typisch Andy hat einen Shiny Kleinstein gefangen. Denn auch das gab es ja seit der ersten, also seit letztes Jahr der Abenteuerwoche, gab es ja Kleinstein. Ne das nicht, das wurde ja zwischendrin eingeführt. Ne da gab es nur Amonitas und Kabuto und sowas. Kleinstein wurde zwischendurch eingeführt. War aber natürlich auch jetzt als Shiny verfügbar. Die bleiben ja für immer im Spiel. Der hat sich einfach einen Shiny Kleinstein gegönnt. Auch Glückwunsch. Sieht immer noch aus wie ein Blumenkohl. Wenn man sich das so anschaut. Gestern Abend einfach so wild gefangen. Der Stefan Landei. Auch ein Shiny Liljab und seins guckt auch richtig böse. Heute in der Mittagspause ebenfalls wild. Und gleich entwickelt für die Quest ein 100%iges Anurid zu Amaldo. Level 21, wie man sieht. Und 15, 15, 15. Auch vom Stefan Landei. Richtig gute Sache. Dann hat er noch einen Profitipp für den Sea Day für uns. Einfach einen Wecker stellen auf 14.50 Uhr am Samstag. Und dann wisst ihr, mit dem Titel Glücksei. Und dann wisst ihr, wenn der klingelt. Haut euer Glücksei rein. Das ist gleich 15 Uhr, wenn alle die Geschenke öffnen. Ihr schön absahnen könnt. Dann bin ich noch mit Mäusekind aufgestiegen. Zu Glücksfreunde. Das ging in letzter Zeit wieder flott. Ein 98er Onyx. Bei mir auch aus der Quest. Mit 470 WP. 472 wäre da das 100er gewesen. Auch der Martin hat ein Shiny Liljab gefunden. Kaufland. Einmal hin. Alles drin. Da zeigt uns der Bockwurstking auch ein Anurid. Jetzt steht endlich wieder Bockwurstking oben. Und nicht mehr eigene Nummer. Weil ich den Account von dem Handy runtergelöscht habe. Aber ich habe den ja noch auf den anderen 10 Handys. Also keine Sorge. Wenn man mal einspringen muss. Das geht immer noch. Und das finde ich richtig genial. Ein Bild vom Paiku. Einfach ein Kabuto. Als Hamburger. Als, ja, das ist einfach die Oberseite von dem Hamburger. Das ist das Hamburger Bun. Und das ist das Normale. Und dann gibt es auch die ab 18 Version. Das sieht richtig brutal aus. Und noch die Gurke dazwischen. Also richtig geniales Bild. Dann hat der Bockwurstking ein wildes Rizaros getroffen. Mit 773 WP. Da kann man natürlich ordentlich Bonbons mitnehmen. Auch richtig gute Sache. Aus der Quest habe ich einen Schilderost bekommen. Und habe mich schon richtig gefreut. Weil es gesagt hat, Angriff ist die beste. Verteidigung. Na ja, ich habe es gesagt. Angriff, beste Wert, Verteidigung, auch beste. Alles auf 15. Und du denkst so, wow, zwei Werte auf 15 ist bestimmt ein 98er. Und dann ist der letzte Wert einfach nur 11. Und du denkst dir, okay, leider nicht. War also nur ein 91er. Da hat man sich übelst gefreut. Beim Tobi war es auch so. Aber der hat den dritten Wert wenigstens auf 14 gehabt. Und eben auch ein 98%iges Onyx bekommen. Dann der Davoris 1 auf 100. Auch mit einem Shiny Anorid 7, 7, 15. Okay. Dann war es soweit. Man konnte Pokestops einreichen. Die Funktion war freigeschalten. Exklusiv für Level 40 Spieler. Der Stefan Land ein nochmal. Nächstes Hundo mit einem 100%igen Kleinstein. Level 20. War vielleicht aus einem Ei oder aus einem Raid. Aber Level 20. Das war bestimmt nicht wild. Aus der Quest kann man schon so mitnehmen. Vom Kenny noch ein 96%iges Cognodon. Mit 14, 14, 15. Und das ist immer noch besser als nichts. Die sind ja auch verdammt selten in der Wildnis. Dann habe ich mit Gebirgs-Uhu getauscht. Und das ist kein Mann. Das ist eine Frau. Und die hat mir eine Wohingenau getradet. Jetzt habe ich also Isso und Wohingenau. Die Familie komplett. Grüße gehen raus nochmal. Danke dafür. Ist kein weibliches, wie man sieht. Hat keinen Lippenstift dran. Was machen die denn da? Fragt der Pepsi. Da seht ihr ein Bummels und ein Samurzel aufeinanderhängend. Ja. Sieht aus wie eine Schildkröte. Dann der Make-Off am C-Day mit einem 96%igen Shiny Bummels. 14, 14, 15. Auch richtig gute Sache. Meine waren leider nicht so stark. Ich glaube mein Bestes wäre... Äh... Hatte glaube ich nur den dritten Satz auch oder irgendwas. Ich habe die jetzt nicht so genau bewertet. Auch beim Franz im Großen und Ganzen ein erfolgreicher Tag. Ihr seht ihr, er hat ein Letter King entwickelt. Hat einen Shiny Onyx bekommen mit 98%. Und auch ein normales 98%iges. Richtig gute Sache also auf jeden Fall. Man braucht ja immer nicht tausend... Man braucht ja immer keine tausend Shinies. Das reicht eigentlich, wenn man drei Stück hat oder manche wollen nur den Eintrag am 1 entwickeln dann durch. Hier seht ihr noch eine Kreuzung aus Ammonitas und Bummels. Jetzt hat das Ammonitas eine Schweinenase. Sieht auch richtig genial aus. Bobbwurst King. Aus einer Quest nehme ich mal an. Ein 100%iges Europe. Dann gab es wieder X-Raid Einladungen fürs Schwimmbad. Am Montag, am 10. war ja die Brücke dran. Und jetzt wieder Schwimmbad. Und das wechselt schön wieder ab. Abwechselnd. Immer Brücke, Schwimmbad, Brücke, Schwimmbad. So muss es sein. Bei mir gab es den heute noch dazu. Vom Kenny noch ein Shiny Aerodactyl. Auch richtig gute Sache. Das Bild ist cool. Schreibt der Paiku. Ein Bummels. Wird das gerade abgeholt vom Driftlon? Oder ist das Driftlon da und massiert ihm den Rücken? Man weiß es nicht. Da kann man auch viel hineininterpretieren. Dann noch ein Bild vom Paiku. Sleeping with your Pikachu. Cute. Sleeping with your Mashok. Weird. Also wenn ihr mit eurem Pikachu im Bett liegt. Das ist süß. Das ist schön. Aber mit eurem Mashok. Das sieht schon ein bisschen krank aus. Also irgendwie seltsam. Sally Maus. Endlich gefangen. Mit einem Shiny Wablu. Auch Glückwunsch dafür. Der Stefan nannt einen nochmal. Ähm. Ja. Der hat einfach mal 500 Eierplätze. 9 von 500 hat er jetzt belegt. Also da ist noch reichlich Platz. Schreibt euch mal vor. Ihr habt 510er Eier. Die zur gleichen Zeit schlüpfen. Das wäre die totale Eskalation. Da müsste man dann wirklich ein Video drüber machen. 510er Eier. One Take. Boom. Das wäre krass. Einfach so ein Bug. Das. Da ist man einmal in Tunesien. Ne. Da ist man mal in Tunesien. Vom Fabian Browatzki. Ein Level 4 Portrott. Aber auf 100%. Natürlich auch gute Sache. Leider kein Shiny. Das wäre noch krasser. Aber ein 100er geht immer. Dann der Stefan Landei. Ach fick dich doch. 49,9 Kilometer gelaufen. Der hat also glaube ich die Belohnung nicht geschafft. Obwohl vielleicht wäre es ihm doch möglich gewesen einfach noch 100 Meter dazu zu bekommen. Hat er bestimmt noch gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn er auf der Toilette sitzt und hin und her wackelt. Da gehen bestimmt noch 100 Meter dazu. Dann ist Pupsi mit Kalsariken zu Glücksfreunden mutiert. Sagen wir mal. Aufgestiegen. Und der Kenny hat noch einen. Das hat sich ja mal gelohnt. Ein Mobai gebrütet. Das schlechteste was wirklich aus dem Ei kommen kann. Mit 10, 10, 10. 66,7%. Habt ihr auch schon mal ein 66,7%iges Baby gebrütet? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann hatten wir ja den X-Rate an der Brücke. Da habe ich ein 96%iges bekommen. Mit 15, 15, 13. Also Dioxys in der Verteidigungsform. Aber der Kenny hat noch einen draufgesetzt. Der hat nämlich gleich das 100%ige bekommen. Mit 15, 15, 15. Beziehungsweise war das glaube ich nicht seins. Sondern das war bei dem Account vom Xtreme dabei. Jetzt schmeißen wir nicht die Kamera um. Bruder, ich sage dir. Dann der Stefan Landei. Ach ja, Endspurt hat begonnen. Der hat nämlich mit dem No-Gym-Account jetzt Level 39 erreicht. Er braucht also nur noch ein Level. Ihr wisst, der hat ja keine... Der hat keine... Kein Team. Kann keine Raids machen. Kann keine Coins bekommen. Kann keine Arenen angreifen. Sonst was. Der hat es also wirklich schwer und steinig. Durch das Event jetzt. Konnte sicherlich gute Erfahrungspunkte noch mitnehmen. Und er hat mir jetzt schon gesagt, wenn der Account dann Level 40 ist, möchte er ein großes Gewinnspiel machen und diesen Account einfach verlosen. Wie das genau abläuft, wie die Regeln sind, wer da mitmachen kann und wer nicht. Das wollen wir noch bekannt machen in einem Extra-Video. Auf jeden Fall, sobald der Account Level 40 ist, möchte er den an die Zuschauer rausgeben. Einer kann den dann gewinnen. Und das Gute ist, ihr kriegt einen Level 40er Account. Und ihr habt noch freie Teamwahl. Ihr könnt also selbst noch entscheiden, ob ihr Team Gelb, Team Rot, Team Blau werden wollt. Jetzt stolpert doch hier nicht rum. Und ja, das ist doch eine richtig gute Sache. Die ganze Mühe dafür, um dann den Account wegzugeben. Und ihr habt ja gehört, da sind auch ein paar Shinies schon drauf. Also auch richtig gute Sache. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wenn es soweit ist, dann die Sally-Maus. Juhu! Noch mit einem Shiny-Portrott. Hinterher, dann wurden die Go-Fast-Medaillen für Chicago veröffentlicht. Die konnte man dann im Profil sehen. Wer da also ein Ticket hat, konnte die vorab schon einsehen. Und hat die jetzt in seiner Sammlung. Dann habe ich einen Shiny-Kleinstein bekommen. Als Betthupfer vom Virus-Killer. Hat mit mir getradet. Ihr seht, deswegen auch das Datum. 18.09.2018. Das ist also nicht von jetzt, nicht vom Event. Wer da aufmerksam hinguckt, der hätte das erkannt. Und der Franz aus der Feldforschung, denke ich mal, ein 100%iges Lugia mit 15, 15, 15. Dann ein paar Bonbons, das hochziehen. Ich habe bisher auch noch kein Lugia hochgezogen. Obwohl das trotzdem eigentlich ein cooles Pokémon ist. Dann der Hoffi, auch aus der Forschung mit einem 100%igen... Was ist denn? Jetzt klettert er doch hier nicht hoch. Mit einem 100%igen Minun aus der Forschung. 100% Level 15. Ich kann nicht mehr reden. Der legt mich einfach immer ab. Dann der Kenny mit einem Shiny Onyx 760. Und darauf hat er ja so lange gewartet. Jetzt ist es endlich da. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Eben geklickert. Glaube zwischen Markt und Stolperstein. Der Brian mit einem 100%igen Anoryt Level 31. Das ist auch gut. Sehr schön. Auf dem Sofa gelandet. Mit einem 100%igen Anoryt Level 31. Und... Joa. Gutes Level. Er hat sich komplett aus dem Konzept gebracht. Und danach hat er auch noch ein 98er gekriegt. Läuft heute für mich, würde ich sagen. Aber mal ehrlich. Was will man mit einem 98er? Wenn man ein 100er hat. Vor allem wenn das 98er nur Level 15 ist. Aus der Quest. Und das andere Level 31. Aber gut. Das kann man ja aufheben. Das kann man entwickeln. Soll ich sagen. Hat man beide als 100er. Aber das ist ja ein 98er. Ja. Ich mache einfach beide. Denn ich bin jetzt glaube ich komplett raus. Noch ärgerlicher. Beim Robby. Der hat ein Onyx nochmal bekommen. Der hat ja vorhin aber glaube ich schon ein 98er gehabt. Jetzt hat er ein 96er. Diesmal hat er 15 Angriff. Was vorhin ihm gefehlt hat. Dafür aber nur 14 14 bei den beiden anderen werden. Also nur ein 96er. Dann hat er Bob uns gezeigt. Einen Stock. Der heißt einfach mal Kinderkatapult. Damit man die Plagen weit weg schießen kann. Ich frage mich wer solche Sachen einreicht. Aber irgendwie ist es ja trotzdem schon witzig. Aber gut. Wenn man bedenkt. Dass gerade Kinder auch diese App spielen. Und da rum gehen. Und das sehen. Also die fühlen sich dann sicherlich ein bisschen merkwürdig. Welcher menschenhassende Typ sowas einreicht. Dann vom Stefan Land ein noch. Hat er No Jim gerade im Stapel gefunden. Bei seinem No Jim Account. Also jetzt auch ein Shiny Onyx dabei. Wieder passend in grün. Und wie gesagt. Der Account wird verlost. Wenn er Level 40 erreicht hat. Habt ihr also dann auch ein Shiny Onyx dabei. Und ein Shiny Radbratz war da glaube ich. Ein Shiny Slimer. Viele gute Sachen dabei. Und das glaube ich jetzt auch der Abschlussbildschirm. 131,7 Millionen. Haben also knapp so 6 Millionen im Event gemacht. Ist vielleicht nicht viel. Die machen andere an einem Tag. Bei mir halt so. Musste ja auch viel Shinies jagen und alles. Und ja. Dann kommen wir jetzt noch zum Schocker der Woche. Und meldet uns gleich zurück. Und wir kommen zum Schocker der Woche. Und er kommt diesmal vom Stefan Landei. 69. Aber das ist trotzdem nicht von ihm. Das ist von einem aus seiner Community. Er hat mir das geschrieben hier noch. Der Fangscreen von ihm. Er sagt, dass ich das verwenden darf. Ein 472er Onyx aus der Quest. Und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß. Ich hab vorhin gesagt, das 470er war das 98. 100% sind 472. Also ein 100%iges Shiny Onyx aus der Quest. Das sehen wir auch hier. Wenn wir einmal weitergehen. Unser Top-Spieler hat zugeschlagen. 100%iges Shiny Onyx aus der Quest. Richtig coole Sache. Glückwunsch dafür. Den Namen weiß ich jetzt leider nicht. Aber er weiß schon, wer gemeint ist sicherlich. Und ja. Das war's. Aber glaube ich jetzt von dieser Stelle. Wir melden uns beim nächsten Mal einfach wieder. Wenn wir wieder die Highlights der Woche haben. Und den Schocker der Woche. Und ich hoffe, Adi ist beim nächsten Mal ein bisschen ruhiger. Und rastet nicht wieder so komplett aus. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses. 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 Untertitelung des ZDF, 2020